Ich bin offizieller Erbin von Gus Hendersons Ranch. Ich fliege nach Alaska. Sehe es noch ein letztes Mal an, bevor ich es verkaufen werde. Guten Morgen. Ich füttere die Rentiere. Gus hat die Ranch geliebt. Er hat sie ihnen nicht geschenkt, damit sie sie an Fremde verscharrt. Diese Ranch ist was Besonderes. Countdown to Christmas. Der große Weihnachtsmovie Adventskalender. Heute mit Im Norden strahlt der Weihnachtsstern. Um 20.15 Uhr auf Universal TV und auf Abruf.